Die zwei Lichtern, die zwei Lichtern. Meine Auflösung ist kacke. Ich hab die falsch eingestellt. Wieso hast du immer so'n hohen Ping? Auch weil ich da im Video gucke. Yo-Porno oder was? Wieder einen saftigen Gay-Porno durchziehen. Wo? Siehst du uns schon, dass wir sehen, wieder unten. Oh! Ja, ist okay, ich hab noch eine andere Seite auf dich. Oh, laub me! Oh, me! Ja, okay, warte, ich bin gleich da. Ja, kriegt euch mal, ich hab keinen Bock mehr. Ja. Alter, Mann, Mann, Mann. Warum sieht mein Bild heute so ausgegeben? Gibt's doch gar nicht. Oh, nein, ich hab das falsch eingekauft, ey. Fuck, Mann. Wo? Ja, komm hoch, ich hab schon gelernt. Ich hab den Slogan-Ring, ey. Hm, das hab ich mir noch. Die Gegner haben Ponsum-Frau gebraucht. Hm. Jetzt erst mal schön zu zählen. Wir müssen jetzt oben richtig Druck machen. So dass der Jungler alle paar Sekunden vorbei muss. So dass wir den Tower in paar Sekunden down gepusht haben und.. Ja. um war es so ist der Leben hier brauchen richtig Fakti mehr verstanden wir können heute kein normales Team zu stellen das gibt es sogar nicht ich glaube ich bin mal der Einzelnen und so und scheiß oder er kommt Prozent mit keiner von denen kann das machen normaler mensch will das machen keine mit gebannt werden bekommst ihr höchstens sind tagesband ach ja wir haben diesen 10 10 win bonus bekommen weil wir gegen ein team gewonnen haben nach verloren haben wegen einem team was gescheitert hat wir haben wahrscheinlich fünfer freemate und Adil war nicht dabei deswegen hat er den nicht ich war dabei ja auch die Kater ja anscheinend habe ich aber nichts von gemerkt irgendwie ja vielleicht waren die keine Ahnung einfach nur ein bisschen schneller hat man mehr Gold oder so nichts so richtig offensichtlich ist stimmt genau bei einem game hatte einer ich glaube zwei anfangsitems ich habe mir so spanisch vor zwei anfangsitems schuhe und ring und so sicher sicher dass es sicher dass es keinen keinen victor ich habe einen richtig hohen wir wollen ja ich kann gar nicht drücken nach dem game höre ich auch auf meine maa guckt sich auch wieder irgendwas an bonus ja guck mal das gleiche ey ich hab schon gleich gelohnt hat der geheilt ja scheiße wollen wir diven ja egal ich hab jetzt einen stun ich hab jetzt einen stun wollen wir ja komm oh shit ich bin tot ja ja so laggy ich bin tot ja ja richtig laggy ich glaub du hast so ein krasses fechter internet meine maa lädt grad was runter ja 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 wenn wir hier im haus irgendwas runterladen würde dann würde ich irgendwann 800 glaube ich oh mein Gott was läuft da leider ich bin tot chäme mal ich bin froh haben alter das war super mein mal nech ich kann die nächsten vier stunden glaube ich vergessen mit zocken was hast du gesagt da gemacht ey meine maa lädt irgendwas mit mit nem megabyte pro sekunde hoch ach runter irgendwas ja hier ist ja irgendwas vietnamesisch ist deswegen ist es ja egal ich bin schon fast wieder tot wenn er war wirklich mit hacker ja weil der mundur hier stress nach wie er den mundur hier so umnocken das ziel bereich dass der ganze zeit verpackt der jungler voll lex was denn ich auch ich lege gerade am gewissen vielleicht bekommen wir ja einen win forgiven dann bekommen wir die punkte einfach nicht ich lege aber richtig stark ich bin bei 600 mein ding ich bin bei ganz normalen 200 noch was aber ich merke die verzögerung das wird glaube ich einfach nur nicht angezeigt wo 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 ich habe wieder ich neid wo schon ein wohl jetzt können wir ein nicht mehr nicht mehr wenn du den tankst dann kommt der weiß dass wir in deinem ich habe ich den kill ich darf so nicht sterben wo kam der herr ich habe gar nicht drauf geachtet ich klicke nie ausgleichen das wird nicht ja achten nicht gut ja, das kann nicht sterben yeah der erste kill wo fiora nicht dabei gestorben ist nice kann nicht wahr mundu bekommt aber ordentlich auf die fresse jetzt ist david aus dem game oder was ja ich geh kurz kurz ist klar ey spasti der ist level 7 der jungler geht ja ab das war auch scheiße man kann es nur noch starten weil es alles jetzt verpackt ist ey da soll ich deine mitte bedienen ja, kann es nur mehr so machen ich brauch eh nur 30 Sekunden oder so zum neu starten ja, ich geh mal junglen den mundu ja, geh mal junglen den mundu ich hab ja sogar einen level vorteil gegenüber dem mundu ey das scheint mir ziemlich schlecht zu sein Pantheon ist unterwegs zu mir das ist ja fast ey so ulti Seratus vom von wenn aber ich weiß nicht sehr der ist aber das ist schlechter Pantheon Moment auch ich kann nicht gehen das ist wo ich bin unterwegs ich bin habe auch immer erstaunlich wo er ist Nein! Kann ich trinken? Gar, ich hab zwei Kills abgegriffen. Ach, der kann nicht. Der macht doch echt der Fass. Wenn du siehst die AP, der macht doch kaum scharf. Der kann nicht gehen, nur... Nein! Hab grad mal so dein Schild durchbrochen. Grad so. Das war der 72 AP. Ey, macht die Disco Kugel viel Schaden? Nö. Das ist der eigentliche sein, der läuft ja eh nicht, oder? Den will ich auch mit denen als Nächste holen. Ich finde irgendwie lustig, aber das ist irgendwie schlecht. Der wird da irgendwann mal gebufft. Was ist mit Leiter? Hä? Was ist mit Leiter gebufft, oder was? Wenn du nicht spielen kannst, geht der AP. Ja. Wow, 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 wow. Komm mal runter, Bro. Du bist sowas von tot. Oh Gott! Was ist das? Hä? Das hast du gesehen? Nein, ich hab grad ganz so anders geguckt. Idiot! Der hat sich an deinen eigenen Tor ran gesprungen. Okay, klar. Ich bin extra deswegen weggelaufen. Ich schwere. Ich war eh nicht. Er hat mich eh mit Flash bekommen, deswegen. Also gab keinen Weg weg. Ey, wenn du jetzt irgendwie nichts machst mit Ding, LeBlanc, dann scheiße lagern du richtig rein, ne? Mundo kann sich noch carryen oder so. Oder kann noch auf Tank gehen, Alter. Long kann gar nicht in Deck gehen. Muss jetzt mal irgendwie reinhauen. Ja. Keine Sorge. Ich werde schon das Problem werden. Ich glaube, er das Problem werden. Unsere vier Opa. Zwölf Minions. So, der Schender mit den Mittler in Wusch. Ich mach den Blue. Aber versau den Blue nicht, Mann. Warum hast du dich? Ich nehm den Blue. Ja, ich mach den für dich auch, du kannst du. Aber nicht, dass du den Blue abgibst. Da, das meine ich. Oh, Lars, komm zu dir. Nee. Ist klar, ey. Ich schau mir in den Kill. Ich schau mir in den Kill. Schaffst du eh nicht. Ich schau mir in den Kill. Oh. Siehst du? Oh. Fick dich, Fiora. Fick dich. Für sowas brauche ich gar nicht meine Ulti. Oh Gott, das ist schon wieder Pantheon. Oh, da portet sich noch einer dazu. Fickt euch, ihr Schwuchteln. Mein Gehirn ist nicht verloren. Das haben wir für den Auftrag hier, ey. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ja, jetzt springt der da wieder hin, ey. Der kann nicht mal, der Typ. Wenn nichts passiert, mach ich meine Ulti nicht, ne? Easy. Ult, Ult doch! Oh mein Gott. Chill, Junge. Ich betreibe es nicht, Mann. Jetzt port dich nach... Oh, hast du gar nicht. Und deswegen, wir können sie irgendwo liegen, Mann. Klar, da tele... Ah, wieso hast du kein Teleport mehr? Du hast sofort ein Teleport-Account, oder? Ja, ich hab schon... Ich hab jetzt trotzdem noch... ... und wollte erst sofort... ... aber ich hab ja... ... und so. Ich hab's nicht mehr weg. Oh, 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 oh. Oh, 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 o. Das ist voll vor, oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Und da gehst du da auf. Jetzt leck ich das... Genau jetzt leck ich wieder wie so ein Spackhol, das ist doch kacke, ey! Dann hab ich nen Pink von acht Euro, wenn ich ihn einmal angreife würde, das ist sonnet. Freckiges Mist, das bist du so nett, ey. Oh, boah, der macht so schlecht mal. Was hat das von dir sein? Oh, kass, ey. Ja, das war so, ich habe noch ein Bild. Ich muss ich klären, oder? Oh, Ramin, ich muss dann. wo es kommt das immer gänken, ich hab Flash und alles ich hab ihn an, komm er kann nicht weg hab ihn, nice toll, ok ich hab ihn noch kurz mehr, dann muss ich wegkommen willst du Blum haben? ich brauch Hilfe erstmal ja, seh ich doch man, 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 ey was? es regnet nee, hier sind 30 Grad hier ist Karibikwetter hier ist Weltuntergang, alter nee, bei uns ist gewölkt, ist schon kalt, aber es regnet nicht so warm du bist ja auch in Osnab was anderes wow die 1, 2 Grad Unterschied was die haben ja, denn es ist nicht oh, gewittert zieht an wir haben 20 Grad nur irgendwie hier, ne? es ist, es gewittert gleich bei uns wie denn? ja ich hab ihn jetzt gehört wie auf einmal ich hab ihn ich hab ihn wegen dir gewittert das jetzt, weil du das angesprochen hast, man kohle oder sowas und was klar und nur und du 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 das das rettet unsere Leblanc nicht mehr, die ist useless w er wollte ja unbedingt Ich lege, ich lege. Ja, ich hab'n Ignite. Nee, aber der ist voll, voll leid. Ja, deswegen Ignite ich ihn. Hab' ich doch gesagt, ey. Ignite. Nicht, dass wir so schnell down gehen, Alter. Ignite. Muschi. Ja, das auch. Ja, Terat kommt bestimmt top. Egal, ich hab' Ulti. Terat ist hier. Egal, scheiß auf den. Da kommt Pantheon auch volltunend. Pass auf, Alter, pass auf mal. Nein. Pantheon in der Mitte. Los, hau ihn tot, hau ihn tot. Danke, danke. Ey, pass auf Leblanc auf. Nö. Pantheon ist sowas von tot. LOL, ey. Schafft sogar Leblanc. Fresse, du dreckiger Spacko. Auch mal, auch ein blindes Huhn findet einmal ein Korn. Ein Korn, was? Niemals, Alter. Ich lasse nicht deutsch. Sprichwort daraus hängt, du Asiate. Ich bin deutscher, Mann. Ich bin offiziell deutscher. Seit einer Woche ungefähr. Coole Sache. Ja, Mann. Wollt ihr dich in Vietnam nicht mehr haben? Nee, ich... Ich... Du hast ja auch Bratkartoffeln gegessen, ne? Ja, ist echt so. Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, Schnitzel, Kassler, sowas. Ja, ich... Ja, ich... ProfMPule... Sch bueno, dein Triangle bist du nicht öffnig, ne? Mar vor dem %. Jetzt über dieors Wirklichkeit und die Antriebe in den Йung. Da Ich versuche keine Ohr an Sie zu bringen. easy game ich kann das sogar mit so einem riesen delay hier gewinnen aber alle lanes haben gewonnen das ist der dragon ist weg system hier los er ist noch da bei mir ist er da bei mir ist er weg ich habe ihn gerade gesehen als er vorbeigelaufen ist bei dir ja dann ist er bei mir weggelegt bei mir oder bei dir jetzt ist er da jetzt ist er da ich ich bin noch mal wir müssen aufhören der europäer der zwei zwei mit karl ist dauernd er geht hoch zu dir sagt man die Der macht dich kalt. Ich bin schon dreimal versucht. Oh. GG. G to the G. Ja, diesen Scherz ist in der Spotlane. Der war von Kacko. Kein Schatz da an der Tür. Mono hat sowas von Faschisten.